Seit ihrer Tochter Hannah wünscht sich die Rapperin Loredana Nachwuchs. Nun könnte es tatsächlich soweit sein. Und ein Bild sorgt bereits im Internet für ein paar Diskussionen. Bereits im Juni 2023 haben die beiden Stars ihre Beziehung das erste Mal öffentlich bestätigt. Seitdem wirkt die Rapperin glücklicher als je zuvor. Immerhin war die Trennung von ihrem Rapper-Freund die Hölle. Mit sehr vielen negativen Schlagzeilen hatte sie zu kämpfen. Doch wegen der gemeinsamen Tochter Hannah mussten sie zwangsläufig Kontakt halten. Inzwischen hört man weniger von ihm, dafür mehr von ihrem Fußballer-Freund Karim. Seit Monaten betont sie, wie gern sie ein weiteres Kind hätte und nun könnte ihr Traum Wirklichkeit werden. Denn auf einem Foto sieht man, wie Karim ein Baby hält. Etwa ihr gemeinsames Kind? Hat sie die letzten neun Monate ihr Babybauch versteckt vor der Öffentlichkeit? In ihrem neuesten Beitrag auf Instagram hat sie viele private Fotos von sich und ihrem Freund veröffentlicht. Jetzt spekulieren alle Fans, wem das Baby gehört.